hallo und willkommen zu einem neuen video auf dem kanal meine freunde und ja heute ist der erste erste um die zwölf uhr und hier sitzt fast büro und das machen wir jetzt gleich ein bisschen aufräumen wir sind vorbildlich würde ich sagen mein herz mich hat es ziemlich erwischt also ich habe ziemlich ich war ziemlich halb im schritt gelitten und die reiste sehen jetzt so aus in dem fall die zwei sachen werden vom lieben pyro die wache aufgehoben genau das zünden wir heute noch und jetzt würde ich sagen jetzt gehen wir raus räumen unser zeug weg und gucken also was andere so rum liegen haben und jetzt gibt es so eine kleine tour immer behaupten und dann schauen wir mal was so am tag danach doch so rum liegt die spaß weil jetzt hier fündig geworden ja spaß und komische verbund hier einmal die schädel und keine ahnung von veco aus penny 6 schuss kann das verwandt sich von hier auch noch irgendein verbund und jetzt geht es weiter zum abbrenner von uns und ja hier sieht einiges klein zeug also es ist jetzt so batterien und das habe ich jetzt hier weniger gesehen hier so klein zeug und die batterien sind schon weg geräumt worden und hier drüben steht doch was die snatch ah ja die umleutung von der alien steht hier zum beispiel noch und sehr schönes teil und erst natürlich überall klein zeug und hier was denn das reibkopf knaller sehr schön und jetzt geht es aber wir füllen gleich weiter wir sind gleich bloß zum abbrenner das hier überall klein zeug und ja was für uns war eigentlich so was war denn das highlight von deinem also die herren war wirklich krass was du dabei hattest der achte fächer und ich fand aber auch die der lex ist erstaunlich gut genauso wie schlecht weil aus dem hiel seht ihr dann auch im video zwei rödis reingesteckt hier auch noch ein paar protänen böllner überraschungsvulkanen hier ganze dinge ja noch böller also ich muss sagen es wurden sehr viele böller gezündet auch allgemein von jüngeren jetzt sind ja immer sehr gerne böller wir haben jetzt auch viele böller gezündet aber jetzt nicht hier und oh mein gott da hinten guck dir das schlachtfeld an da war noch das andere solle jetzt geht es gleich richtig ab was haben wir hier drüben einmal hier nur so eine batterie hoch dann haben wir jetzt hier so einen kann eine artus batterie altbekannt oh da drüben noch andere jetzt geht es ab zum abbrenner hier haben wir einmal die eisblock der vierer fächer geschossen hier sieht es aus krass leute guckt euch das an das ist unser abbrenner richtig krank skala 24c anna hier wie sie alle heißen torspiel 24 leute gönnt euch das ich kann jetzt hier nicht alles vorstellen das wäre viel zu viel aber gönnt euch den abbrenner normal und jetzt ist da drüben muss ich also das wir hier waren alles hier das ist noch ein paar batterien von uns die werden wir da alle hinstellen jetzt über die snakebite ah ne das ist doch nicht von uns aber egal dann hier irgendein verbund hier ein komet verbund oh gott bittere sache haben wir hier noch einmal das ist die snakebite von gerade eben auf jeden fall hier haben auch leute gezündet aber die sind erst nach uns gekommen was richtig komisch ist dann hier drüben auch noch ein paar batterien sind aber auch nicht von uns doch doch die sind von uns die sind von uns und zwar einmal hier die tosh pyro 36 auch sehr schöne karton dann hier heron cake 35-6 die ist ja vom lieben fast pyro das sind doch die ganzen kartons meine freunde ich weiß nicht habe mir die hier hängen geäußern die klappe hergeweht ach oder wir wollten hier einen feuer machen ja auf jeden fall wir räumen jetzt das ganze auf und ja dann sehen wir uns gleich wieder wenn alles ein bisschen aufgeräumt ist und wir das alles ein bisschen geschalt haben wir sagen sehen uns gleich wieder Leute jetzt hier haben wir schon einiges gut aufgeräumt das ist so krank viel meine freunde ich weiß nicht wie viele batterien aber richtig krank ihr rotkäppchen noch nein spaß nicht von uns und jetzt laufen wir noch ein bisschen rum suchen noch nach mehr und guck mal was hier noch so rum liegt um die zurzeit und würde ich sagen sehen wir uns gleich also ich hab die batterien gezählt sind so 60 bis 70 stück nice aber ist nicht alles hier meine freunde wir haben noch woanders was gezählt aber jetzt laufen wir ein bisschen rum guckt euch jetzt kurz hier an wie es jetzt aussieht schon besser aufgeräumt in kleinzeug und so das macht wahrscheinlich die stadt keine ahnung egal man kann nicht alles aufheben wie schon möglich am ersten zusatz genau schmeißen da auf den parkplatz rüber jetzt hier meine freunde sogar mit zündel geil erste ball ausgegangen top einfach ausgegangen top ja und jetzt will ich sagen jetzt sehen wir uns gleich irgendwo anders wo vielleicht noch mehr Feuerwerksatze rumliegen jetzt gleich das ist nicht ganz abgefahren das ist nicht ganz abgefahren jetzt ja schon mal schön den knall rausgehauen nice so leute hier neue stelle gefunden hier einmal so ein vulkan keine ahnung was es vor allem ist mountain fountain von kelle leuchtfahrwerk und hier drüben wird auch gut geballert wie man schon sieht da ist auch ein kleiner haufer muss dazu sagen ein paar batterien sind von uns wir haben auch hier auch gezündet aber oh komm ich sehe ich schon hier haben wir die double action aus dem penny und dann hier noch so ein verbund von kometfeuerwerk videos und hände und ja hier ist auch ein bisschen was da drüben schon ein bisschen aufgeräumt den müller aber okay also sehr viel penny batterie muss ich sagen sind die linie rum einmal die new moon und der schuss von wiko ja sehr viel eieieiei sehr viel komet hier auch double action die wir gerade eben sehen haben wie geht es um das jetzt wie stimmt die scabie von uns und halt der müller haben auch schon gut gefüllt ich würde sagen jetzt gehen wir mal an einen anderen spot wo eine mom gesagt hat dass da sehr viel geschossen werden muss oh ja wir sind schon wir sind schon hier wurde viel geballert hier hat es auch noch was im match guckt es euch an meine freunde und da hinten hat gerade acht bürger was entdeckt da gehen wir jetzt hin da hat es auch noch richtig viel so leute ja auch richtig fett geballert wurde hier wir haben hier einmal casino royal flashbangs von wiko irgendeinen verbund oh gott titanium hier ist der verbund heute schon weg auf jeden fall hier wird auch gut geballert auch hier die ocean of lights wie die heißt die riesen content nein doch ocean of lights hier ist sie genau file fantasy hier wird auch richtig gut gezündert da hat noch irgendwie so ein verbund darf ich sagen wir beenden jetzt hier das video wir gehen jetzt wieder nach hause ähm ja ich hoffe euch hat hier das kleine video gefallen zum tag danach nach Silvester keine Einblicke hin genau schau bei dem youtube vorbei fast bürger erst link in der bescheidung bis dann haut rein und ciao bürger die da Bis zum nächsten Mal.